ja ja herzlich willkommen und willkommen zu dieser nächste Ausgabe warum wir auch immer hier das FCW Logo haben das ist jetzt nicht so geplant die Techniker die bauen gleich noch alles für NXT auf also ja ihr habt das Feuerwerk gesehen aber hier hat nicht alles so geklappt wie es sein soll die Platte hier die ist von NXT ein bisschen kaputt deswegen nehmen wir jetzt erstmal die Platte dass ihr wisst ok es ist trotzdem noch NXT irgendwie und ich hoffe dass beim ersten Match dann die Platte da ist ja wir werden heute ein Schuldes Match sehen Max gegen Niklas Blake wieder einmal aber wir können uns darauf wir können uns eure Freunde Niklas Blake sagte dass er Max squashen wird mal sehen wie es sein wird ich würde sagen viel Spaß bei der Show ja 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 ich wir haben 21 Uhr 33 und ja schlaf das war so mal und so ich habe heute die Nacht davor durchgemacht und ja ähm ich bin unser direkt sehr mehr oder weniger aber ich gehe weiter nicht weiter darauf ein Ja, Jack Enforcer hier hat sein erstes Match nicht gewonnen, aber auch nicht verloren, glaube ich. Nee, nicht gewonnen und auch nicht verloren. Ähm, ja, mal sehen, gegen wen er kämpfen wird. Genau, es ist Snake. Er wird gegen Snake kämpfen. Snake! Oh, I am ready for this! Snake gegen Jack Enforcer. Im Opener und was war das? Ja, die Platte vom Kommentatorenzüchel war anscheinend kaputt. Und da war einfach mal die FCW-Platte. Jetzt ist aber die NXT-Platte. Alles ist in Ordnung. Das wird ein Räuber draufgepackt. Man braucht halt schnell eine, deswegen haben die die FCW-Platte genommen. Das ist alles in Ordnung. Ähm, ja. Mal sehen, wer dieses Match gewinnen wird. Und, here we go! Jack Enforcer hier ging es erstmal ein Bossman-Slam von Snake. Okay, äh, gut, ja. Und, äh, das match should be a long way in the world. Und, right under the gate! We got a huge match! Und, here we go! Oh, 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 oh! Und, nee, close one. Ging, ja, daneben. Huge shot to the midsection. Ja, ähm, nächste Woche am Montag kommt ja, ähm, No Mercy. Ja. Nicht am Sonntag, weil am Freitag bis auf den Samstag mache ich ja den 24 Stunden Livestream. Das ist ja die Woche, wo ich noch Ferien, die letzte Ferien rum von mir. Und Snake Choke, die hier erstmal. Oh, nee, drop, aber Konzer von Jack Enforcer. Nee, der big gute Gina, nee. Oh, Springboard, oh, schöner Disaster Kick. Oh, look at the emotion. Oh, Jack, go! Oh, Jack, go! Aber, das heißt, der hat dagegen, dass... Jake... ...info... Jack Enforcer nicht Jake. Ah, Jack Enforcer, der uns verspottet. Oh, Jack Enforcer, der uns verspottet. Oh, wow! Und, das kommt der Männern nehmen, Errol Rock und der Elke. Ja, ähm, heute kommt... Er hat gesagt, heute kam die erste Folge, die erste Qualifikation... ...und, das war 2001, 2006. Und Sie können dann später, nachdem alle Qualifikationen oben sind, ähm, voten, wer rein soll. Es sind... ...Presentes, ähm... ...und, das ist irgendwie... ...die hier... ...dort in die Kommentare angelesen, ne? Also, wir müssen mal gucken, ne? Oh, nein, Jack Enforcer, der klickt nach dem Maus. Und Bossman Slam von Snake. So, aber jetzt... ...chock den hier wieder. Und, was macht der hier? ...diamond-cutter... ...by Snake! Und jetzt ein Camel-clutch. Camel-clutch gegen Jack Enforcer. Ritter, Jack Tack, Missin... ...nein Snake-less-lust, okay... ...und, jetzt ein Neck-breaker. nicht mario wir jetzt wieder systemat die das war und das ist die die ist misst und schicken das physical und und jetzt sind freundlich es gibt so es ist gern die zerstörung gegen die absperrung die die ausmacht nicht durch den Tisch da hätte er ein bisschen weiter schieben müssen aber jetzt die ganze Rinklärmung mit 2 mit Jack and Forza so und sieben das das 10 wir sehen so und jetzt BAM neckbreaker so oh so jetzt nee nee check and closer und jetzt gehen wir inzwischen und jetzt lebt er inzwischen jetzt soll es nur umgehen was wir jetzt zeigen ähm Ansatz um Hijack DT Linus ja der Hijack DT durch den Tisch 1 2 3 Was? Der kick der nochmal aus Der kick der nochmal aus BAM 2 3 2 3 3 3 ich bin mir nicht sicher ob Jack and Forza sich bei dieser Landung verletzt hat kann sein also ich glaube nicht dass es so sein sollte ich glaube nicht dass es so sein sollte ich weiß nicht was da los war also hier nochmal der das sieht man zwar nicht aber ich glaube dass er da irgendwie mit seinem Kopf so komisch aufgekommen ist denn das ist natürlich der harte Halenboden ja Snake gewinnt und ich würde sagen dass es auch nichts mehr wieder bis gleich ja wir kommen zurück ähm wir sind hier beim zweiten Match wir sehen hier den den DJ den DJ Deadman ich hab Schluckauf läuft bei mir ja ähm wir sehen hier DJ Deadman im nächsten Match sehen wir dann auch Max Max ist hier an der Seite von DJ Deadman DJ Deadman sagt hier ähm ich werde hier Dergore in den Haar streiten ich werde äh den Beatdown klein in den Haar streiten aber da sagt dir der GM bleib ruhig du bekommst ein Rematch gegen zum Zeuge und ja Dergore wird in ein Hardcore Match gegeneinander antreten natürlich sind wir gespannt wer beim Pay Per View gegen Black ähm Mr. Blackman BZW Aaron antreten wird ähm ja wir werden es sehen es wird gemunkelt das ist ein neues Mitglied der FC W Alliance ist also ja es wird ein neues Mitglied sein und diesen Typen den hat man noch nie gesehen vielleicht in der ein oder anderen Indie Show und er ist eine der Leute die schon gut im Ring sind also die meisten hier wie Tom Tiger die können wird im Ring und Tom Tiger kann jetzt zwar durch Fast Press das austeilen aber das kann auch das kann auch auch Morris sehr gut Takedown von Tom Tiger man kann so jetzt 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 gibt es erstmal einen Irish Whip und die zehn Schläge sollen jetzt kommen doch damit das ist dann zwischen der ist von zum he s uns es sie mit s und backbreaker und mit jetzt ist es die Flanklosen von DJ Deadman also er legt hier los gegen Tom Tiger das match hätten wir auch sehen können in der letzten S-W-Ausgabe oder NXT-W-Ausgabe und zwar in der S-W ja, ähm aber das match war halt im Endeffekt der zweite match schon denn im Main Event ist halt ein bestimmte Person gegen ähm, Gavin in not the match ja, ähm jetzt geht es noch raus in der S-W-Ausgabe ins Leer und wirds der nächste Schöne von Tiger superstar what are you doing we got a match going on here Max lenkt die Tom Tiger und jetzt und jetzt very open apricot DJ Deadman DJ Deadman und jetzt Ansatz zur Jengaif Parbon aber er er hat gesagt er will mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem die 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 der der so ist er es ist abgabe zum Zeigen so jetzt die Closen von Tom Tiger, nein Backbody Drop und Spinebuster Oh nein Ansatz zur zweiten Jackknife-Pamon mit das kreis ob das nicht wirklich wieder zudem das uns gewiesen und jetzt noch ein Package und jetzt noch ein Package und dann kommt er durch die Ausbruchs Fast Press ooooh, keine Klatsch und Max der Linken Refury ja und jetzt noch ein Fast Press S so, dass der Langsambruch blutet, das wundert mich macht der Last Press Press und Tom Tiger, das ist ja der Mut, wie Tom Tiger am meisten zeigt und Max wird rausgeworfen und jetzt STF, STF STF Max wird rausgeworfen und STF von Tom Tiger STF, U, nein und Arcao und ich glaube, ich glaube die JTM Blut und nah, der kickt bei 1 aus der kick bei 1 aus und 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 es ist es ist und sie haben die Infos hat sich verletzt bis zum nächsten schon wieder gesund sein und jetzt kennengelernt Kerstin Kermel Klatsch gegen die GDF nicht nur der Weg der Fehler das ist und zu den Restlos zum Zehnern ist und los und um 2-9 wieder Blutherspress 1-2-9 so und jetzt jetzt die DGF haben GERMANEN SUPLEX und jetzt 2-9 und jetzt DGF Piledriver und jetzt und jetzt und jetzt und die dritte Jackknife Nein DDT DDT STF 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 UNERTAPPED DJ Detman tapped WTF also Tom Tiger besiegt DJ Detman und ja wir haben kein DGF gesehen anscheinend laut Backstage Nachrichten war DGF im Publikum also ich bekomme hier grad die Nachricht dass DGF im Publikum war und anscheinend immer so Rufe gemacht hat um DJ Detman abzulenken deswegen konnte er auch diese Power um die ansetzen ich weiß nicht und dann musst du einfach DJ Detman sterben ja ich weiß nicht was da los ist ich weiß nicht ich würde einfach sagen wir sind einfach beim nächsten Match bis gleich hmmm dann willkommen zurück zu das Match nein ähm hallo und willkommen hier zu diesem Match wir sind hier stehen geblieben ich muss jetzt hier wirklich über diese Musik ich glaube den ich hatte letztens wieder einen Strike dafür bekommen oder ich skippe einfach diesen Entry das geht auch so das ist viel besser ähm ja ähm was wollte ich sagen ach ja ich habe ja letztens hier einen Strike für den Treffer bekommen für die Musik und ja hier ist Nicholas Blake er wollte hier Max squaschen in diese Falls County A-Way Match mal sehen wie es sein wird ob er irgendwie squaschen wird oder nicht ob Niklas Blake seinen ersten Sieg hier holt gegen Max oder ob Max wieder einmal gewinnt ob er wieder einmal hier sich den Sieg holt oder ob Max sich sein er äh ob Niklas Blake sich seinen ersten Sieg holt wie denn das Zehklens wir werden das Sehen wir werden das sehen so Niklas Blake wieder mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem jetzt läuft mit dem mit dem den die ist hier wird er mit für also Niklas Blake, der whippt jetzt erst mit Max in den Ring so, jetzt stellt er diesen Tisch auf und Max, uh, Suicide Dive über diesen Tisch also Max ist so klein, dass er über diesen Tisch kommt und nicht durchliegt das ist auswiegend und jetzt die Ringzritte in den Ring so, was ist das Thema Max jetzt? Max zieht ihn jetzt gegen den Tisch und Ansatz zur... Powerbomb! durch den Tisch! Powerbomb durch den Tisch und das Treffer oh, ja dieses Vorschung sieht anders aus Max, der Dive über den... Oh, Yakuza Kick! Yakuza Kick! schön gemacht von Niklas Blake und jetzt nein und zack 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 zweimal weg und ein die zack 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 märkte zack zu zack 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 v zack damit sprich bei denn alles ist ein Springer sie liebt die Klinik ins Gesicht die Sieg die Klinik die Klinik die Klinik das ist die das der die 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 das in der die schon gesagt die ganze Zeit Tietchen oder Fies was so gut mit dem Gesicht auf die Ringtreppe das tut mir jetzt ist es nicht doch nichts mit er sagt Niklas Blake was zeigt Max jetzt der Cutter der Diamond Cutter und jetzt nachts nein Niklas Blake und so und jetzt 1 2 Nein in backslide und 9 jetzt 9 DT DT und jetzt zeigt es an er will spenden aber nein wieder ein Konter und jetzt EA EA auf die RENKTRIPPE BAM nochmal BAM und das tut weh DAS tat Max weh und jetzt will er es wieder wenden nein Konter und jetzt NO WAY NO WAY FIRE DRIVER IT IS OVER COVER HIM 1 2 3 Max squashed hier Niklas Blake Niklas Blake hatte nur EIN MOVE gezeigt und das war der AA auf die RENKTRIPPE und mehr konnte er nicht zeigen Max hat ihn wortwörtlich gesporscht also die Springboard Aktion haben hier Niklas Blake gekillt ja natürlich zu EIN Very Open Up Cuts 2 Very Open Up Cuts mehr nicht ja 1, 2 Very Open Up Cuts und 1 AA auf die RENKTRIPPE mehr nicht also auch wenn es ein AA auf die RENKTRIPPE war tat Max NICHT WEH war ein schweres match war halt ein squash match ich würde sagen wir sind einfach beim nächsten match bis gleich ja so wir kommen zurück und ja wir wissen welcher Team auf dem Spiel ist mal sehen gegen wen sie heute kämpfen muss und irgendwas für ein match das gleich äh was uns jetzt Just World is ankündigt ja ähm Alina verteidigt ihren T.E. gegen eine weitere Gegnerin wir werden sehen wer es ist wer ist es wer ist es es ist es ist Stacey Keebler ja Stacey Keebler kommt jetzt im RENK mit eigenes mit einem anderen total haupt wie die 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 mal sehen wer hier gewinnen wird ob es Stacey Keebler ist oder ob es Alina ist ja haben wir einen T.E.V.E.V.E.V.E.V.E.V.E.V.E.S. im Team Wechsel über das erste Match in die Aniga's Team Wechsel angesehen weil Aniga hat den Team gewonnen und bis dahin hat sie immer den Team verteidigt das ist krass ne externe es ist um zu A stands H da war so einig gewinnt Oder wie kann ich das verstehen? Ohhhh! Deswegen! Ein Inferno-Match! Ein Inferno-Match anscheinend, oder halt... Ein Inferno-Match-Pin Das... Da gibt's nochmal... Das ist eine ganz andere Bedeutung von ein heißes Match und so... Nicht nur... Ja, das glaub ich, weil ich mein, egal... So, jetzt... Arina... Stacey... Stacey... Und ja... Stacey... jetzt... Wurde ich sagen, ich weiß nicht... Das ist der Tornade-DVT von Arina... Und... Und... Arbo! 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 Arbo von Stacey... Arbo! 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 jetzt es ist ein besonderes Marquis Fletsch sie spürt es und wie sie kühlen und wie es ist was gibt es jetzt die Herzensers es ist spiel und und jetzt jaja der plane spenden ein Weg und die Kiek das war's das war's und nein sie kickst dann raus ich dachte das war's jetzt ich dachte jetzt nicht das war's jetzt und die 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 auch nicht so jetzt was kippen die 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 das ist nicht gut das sieht so gut aus als Stacey hier wirklich die neue Champions sein könnte ich hätte es nie gedacht dass ich da mal sage aber ich glaube Stacey holt sich hier den Thiel so sieht im Moment dann aus wenn Stacey so weitermacht weil sie bombardiert hier war Alina also dominierte Alina von Bomber abiert Huffer bei Bomber und so so jetzt BAM Dropkick Trümmer von Alina und Bass Press wieder einmal Muscaventia nein so ein bisschen gefällig so ne aber egal müssen sie über das wie geht denn das wie groß muss sie wie hoch müssen sie entspringen unheimlich lang fliegen wir immer fliegen wir immer fliegen wir nicht so nein Sprengbaut code geart gesessen geart gesessen geart gesessen Das war der Erdbeinzgericht. Das war der Erdbeinzgericht. Und das war der Erdbeinzgericht. Oh, der Kick. Der Kick. Von Stacey. Der war gefährlich. Und jetzt! Hörer Korona! Nein, umgedreht! 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! Sie gewinnt das noch. Ich dachte, dass... Nee. What the fuck. Dann verteidigt sie wirklich noch. Dann verteidigt sie wirklich noch ihre Ziel. Okay. Sie verteidigt. Ja. Dann... Die Hero Korona umgedreht. Und dann... War's... Das auch. Mit diesem Match. CeCe King wieder verliert. Das Feuer ist weg. Und dann... Die Hero Korona und die Hero. Und dann... Die Hero Korona umgedreht... Die Hero Korona umgedreht! Sie hält immer noch beide Tiele. Immer noch. Ääh... Krass. Ich würde einfach sagen, wir sind es beim nächsten Mal wieder, eigentlich Valentina. Nein, 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 nein. Das ist unser Main-Event im Main-Event. Bis gleich. So, willkommen hier zum Main-Event von NXT und mal sehen, wer hier gegen DERGON antrainiert. Also DERGON kommt hier jetzt zum Ring. Möchte hier ein Mitglied der Speed-Done-Clans sein? Vielleicht ist er auch ein Mitglied von Speed-Done-Clans. Man weiß es noch nicht. Ja. Ja, DERGON wird sich hier gegen DERGON antrainieren und mal sehen, wer es sein wird. Ich bin gespannt. Es ist. Oh, oh. Oh, oh. Und dann noch ein Hardcore-Match. Oh, oh. Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Ich würde nur sagen, FC-Fucking-Dowell. Ja, FC-Fucking-Dowell. Auf sein T-Shirt. Der FC-Dowell-Original. Ein FC-Dowell-Original. Es ist Patrick. Und wir werden jetzt eine Schlacht sehen. Also, wir reden hier, DJ Dedman, René, wollte hier selbst gegen DERGON kämpfen, aber da sagt der GM sich. Also hier, ich habe schon einen, wer gegen DERGON antreten wird. Er hat sich schon gemeldet und ja, Patrick hat sich also direkt gemeldet bei Franz. Hier, ich möchte gegen DERGON kämpfen, in diesem Match und wir haben. Und jetzt, warum er jetzt mal hier den SLEDGON da draußen. Warum, warum er den SLEDGON hier? Ich weiß nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Der Kendo-Steak. Und hier we go. Der Patrick hat hier nur mit dem Kendo-Steak auf jeden Fall raus. Ich wollte gerade wirklich nicht Slamminger-Tanzen. Ja, macht aber keinen Sinn, denn... ... es ist nicht... ... irgendein Spiel. So, zack. Oh, da, 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 da. Da, 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 da. Oh, da, 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 da. Oh, da, 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 da. Welch sieht man schon, das wird auch wieder geben. Let's go! Und Flying carm von Dergvan. Wir im Hardcore Match. Kommt überall hin. Und, ja. Wir können wirklich überall hin in diesen Hardcore Match. Drinnen, draußen gewinnen. Extreme Rules wäre es nur drin. Und Add to Mega Match рядом. Und hat match gedacht. jetzt jetzt Konto von Gergen aber Konto von Patrick Slechner Slechner Oh, ging der Refere Der Refere ist unbring Konto von Patrick der Fergen ich musste nur irgendwann andere Leute wenn so ohne Referee ich weiß den das ist der in den en da nicht es also werde ich nach VG nach den Wir haben beim Paper Rue gesehen, oder vielleicht ein Takti Match. Ich weiß es nicht. Also, wenn Söggen wirklich bei der Rhythm-Clang sein wird, dann wird es wahrscheinlich ein Takti Match gehen. Und jetzt, Ansatz zum... Scholes-Slam! Aber Patrick ist nicht fertig. Das ist jetzt nicht so gut aus für Dergon, aber er hätte sich nicht mit Remy innen legen sollen. Über die Ringtribbel, gut gemacht von Dergon. Patrick Clark, aber er steht schon wieder. Jetzt erst mal ab in den Ring, BAM, Bulldog. Jetzt geht es jetzt mal ab nach draußen. Er hat einen Schlotter zu mit Dergon, er zeigt es an, er will es hier beenden. Oder beziehungsweise ein Schlag ins Gesicht verwerben. Ein Publikumsliebling und jetzt wird er hier vom Publikum gehasst. So, jetzt. Ab nach draußen, nee, ab in die Ecke. Und jetzt. Und jetzt. Soll der. Oder die Snake Eyes kommen. Die Schlangen Augen. Jetzt noch mal Package. Und jetzt. Jetzt geht sie wieder nach draußen mit Patrick. Und. Und jetzt. Jetzt geht sie wieder nach draußen mit Patrick. 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 No way. No way. Tombstone Piledriver. Durch den Tisch. Durch den Tisch. Tombstone Piledriver. Und jetzt. Das Cover hinterher. One. Two. Was? Der kickte noch mal aus. Der kickte noch mal aus. Der Dergon. Der hat hier. Und jetzt gibt's wieder. Und jetzt. wird GDT Zauberkett Prozent so wird die Gegend hat sich aber nein Patrick steht wieder auf einen sieben der erste den zu bequem muss werden ein Form um das kann man sehen das war die die und das war noch draußen auf der Grund zu uns die 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 was macht er hier jetzt? Legdrop und er nimmt erstmal die Endtreppe stellt sie woanders her anscheinend will er hier gegen den Pfosten aber der Punkt kommt jetzt wieder so oh und jetzt wieder ein Schoolboy und Patrick gewinnt Patrick holt sich hier den Sieg und Dergon steht hier nicht mehr auf ich glaub das war hier wirklich zu viel für Dergon also ja da hat Patrick sich hier den Sieg geholt und ja ich weiß nicht wie es mit Dergon weitergehen soll und sie feiern hier sie feiern hier die FCW Originals Max feiert hier Patrick und damit würde ich sagen wir sehen uns einfach beim nächsten Part am Freitag morgen ist der Livestream der Supercard Livestream ich würd mich freuen wenn ihr dann einschalten würdet um 18 Uhr und dann nächste Woche Freitag gibt's dann den 24 Stunden Livestream ich würde einfach sagen tschau Leute und haut rein tschau Leute und haut rein dann 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 dann